Willkommen, liebe Leute, zurück bei Wir sind Movies, denn auf diesem Kanal befindet ihr euch offensichtlich gerade und ihr habt ein Video angeklickt, in dem es wahrscheinlich darum geht, wie Comicverfilmungen denn so sind. Wir sind Movies Mit mir ist heute Benni, der ausgezeichnet prämiert Prädikat sehr wertvoll in Sachen Comicwissen Comiczeichnen Deswegen ist das doch ein gutes Thema, man hat mit jemandem wie mir jemand, der in seinem Leben noch nie einen Comic gelesen hat obwohl das stimmt glaube ich auch nicht ganz, ich habe mal einen Deadpool-Comic gelesen Und The Killing Joe kriegt er von mir Und auf der anderen Seite jemand, der sich auskennt, dann kann der mir immer ein bisschen reinkrätschen, wenn ich mal wieder Blödsinn verzapfe Und heute, wie gesagt, es soll drum gehen, es wäre jetzt ein bisschen zu plakativ, das unbedingt zu nennen DC vs. Marvel Aber nicht unbedingt in einer konfrontativen, meinungsbildenden Auseinandersetzung zwischen uns, weil wir beide Ja, wo wir beide stehen, das wird dann am Schluss des Videos herauskristallisieren im Laufe des Videos Jetzt soll es aber erstmal ein bisschen drum gehen, wir haben jetzt ein paar Notizen gemacht Erstmal so ein bisschen zu analysieren, ein bisschen rauszufiltern und rauszufinden Wie die einzelnen Studios, wäre jetzt schon fast wieder zu groß gesagt, weil es sind ja die Marvel Studios Aber bei DC ist es ja eher Warner, das Studio Aber es gilt jetzt dann erstmal so ein bisschen herauszufiltern, wie die Filme, sag ich mal, gemacht werden Wie die Herangehensweise an die einzelnen Filme oder das gesamte Universum ist Und ja, wir beschränken uns vorerst mal nur auf das DC Extended Universe Also nur drei Filme gegen 14, glaube ich, sind es jetzt 13 oder 14, mag ein bisschen unfair klingen, aber wir werden das wahrscheinlich im Laufe noch adressieren Und es geht auch gar nicht so drum um eine Menge, sondern eher um eine Handschrift und um eine Herangehensweise herauszufiltern Deswegen lenke ich jetzt das Wort und eure Aufmerksamkeit erstmal in Richtung rechte Seite von euch aus Zu Benni, der jetzt mal ein bisschen was erzählt Also grundsätzlich von wegen Comic-Expertise muss ich natürlich sagen, dass ich vor allem großer Marvel-Comic lese Und Marvel-Fan bin Bin wirklich nicht bewandert mit, nicht so bewandert mit dem DC-Universum Klar, Batman habe ich relativ viel von gelesen, kenne ich auch einige Geschichten von Frank Miller, The Killing Joke auch gelesen Aber ist jetzt nicht so, als würde ich da jetzt auch mit Justice League und Superman habe ich grundsätzlich einfach nicht so viel am Hut Deswegen, falls wir uns da irgendwo in Widersprüche oder so verheddern, seid uns da nicht so böse Ja, Grundsätzlich, was war deine Frage? Ich hatte keine Frage, ich habe einfach nur gedacht, sprich einfach mal Also ich weiß noch ganz genau den Sommer, als Iron Man, als der erste Iron Man rausgekommen ist Und das war, damals war ich noch in der Schule, ich glaube siebte oder achte Klasse Und war quasi in einer meiner Comic-Hochphasen Und da kamen dann einfach unglaublich viele Comic-Filme raus, dann im Anschluss an Iron Man Und ich weiß noch genau, dieser erste Iron Man hat mich total weggeblasen Ich fand, das war ein super toller Film Damals wusste ich noch gar nicht, dass das überhaupt, damit habe ich mich auch noch nicht so viel mit Filmen beschäftigt generell Sondern einfach hauptsächlich Filme geguckt, ohne die zu hinterfragen Und mir war gar nicht bewusst, dass jetzt plötzlich mit diesem Film so ein riesengroßer Hype Beziehungsweise so ein riesengroßes Fass aufgemacht wird Wie das dann jetzt tatsächlich gemacht wurde mit dem Marvel Cinematic Universe Ich wusste, dass am Ende des Films so eine Post-Credit-Scene, genau, dass die kam Und damals hat dann schon dieser, ich will schon fast sagen, dieser Hype angefangen Auf jeden Fall sitzen zu bleiben Und die Leute, die aus dem Marvel-Film rausgegangen sind Die haben ja keine Ahnung Ja genau, sie sind total verschmäht worden Es hat damals schon angefangen Und ich wusste es halt trotzdem noch nicht so einzuordnen Und das war halt Es ist halt interessant zu sehen, wie sich sowas so unfassbar groß entwickelt Aus so einem kleinen, in meinen Augen damals, kleinen Film Der mich schon vom Hocker gerissen hat Und wie das dann aufgebaut wurde von Marvel, was sie da rausgebracht haben Und vor allem, das muss man ja dann auch mal anbringen Ich weiß, ich bin jetzt Marvel historisch nicht so unbedingt bewandert Zumindest nicht, was das Universe-Building angeht Aber es dürfte nicht allzu weit gegriffen sein, zu sagen, dass bei Iron Man Vor allem wegen der, was waren da die Post-Credit, weißt man das? Das war, da ist zum ersten Mal Samuel L. Jackson Ja, stimmt, genau Also wird es wohl in Stein gemeißelt gewesen sein, dass da damals dann halt auch schon sowas wie ein Universum angedacht war Shield wurde ja auch schon etabliert Ja, stimmt, stimmt, genau Innerhalb vom Endeffektion Da können wir ja dann so einen ersten Stop quasi einlegen Wenn wir mal drüber reden, wie das halt generell mittlerweile so durch Marvel, würde ich jetzt schon mal sagen Weil die so die Initialzündung für das Ganze waren Mittlerweile halt ist, wir haben gerade nachgeguckt, Cyborg, der Film kommt 2020 raus 3. April, vormerken Genau, und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie diese Phasen angekündigt wurden Aber es war ja dann damals auch schon so, dass es dann hieß, ja, und 2012 kommt der erste Avengers-Film Genau, ja, das ist ja dann schon relativ langfristig geplant worden Dass das halt wirklich dann, würde ich sagen, die Entwicklung des Kinos des 21. Jahrhunderts und der 10er Jahre sozusagen darstellt Dass es eben diese Franchise- und Universe-Buildings gibt Ich meine, es gibt sogar jetzt, glaube ich, Universal ist das, meine ich Die jetzt ein Franchise, dieses Monster-Franchise aufbauen Und das sind halt echt Sachen Also das ist quasi das, was Marvel letztlich losgetreten hat Das kann man so unterschreiben, auf jeden Fall, ja Und das ist halt auf der einen Seite das Interessante, auf der anderen Seite kann man es natürlich auch, wie gesagt, hinterfragen Weil es natürlich eine gewisse Fließbandproduktion mit einschließt Ich sage nicht unbedingt, dass es das ist, zumindest noch nicht in dieser Phase des Talks Aber da lässt sich eben sowas vermuten Also ich muss halt sagen, wenn man sich jetzt Retrospektive Iron Man nochmal anguckt Merkt man halt schon, dass sie sich da schon Gedanken, dass sie dann hinter Gedanken haben Ich weiß ja, ich bin mir relativ sicher, dass sie sich schon gedacht haben Okay, da könnten wir vielleicht drauf aufbauen in einem zweiten Film Machen wir ein Sequel oder so Aber dass es so groß war Und dass es auch, es hatte halt von Anfang an die Veranlagung groß zu werden Es hat sich halt auch angeboten Es gibt ja auch genügend Comichelden, Superhelden Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen Sondern diese Comic-Universen, die haben ja schon immer bestanden Es gab schon immer diese Comics Und das war ja eigentlich nur Material, was einfach nur in das Medium-Film übersetzt werden musste, sozusagen Es ist halt, dieser Ansatz war halt interessant Es ist halt was Neues, was für das Kino auch, finde ich, neu war Es war halt quasi dieses serielle Erzählen fast schon, in Anführungszeichen, ins Kino zu transportieren Wie gesagt, wie wir das bewerten, können wir vielleicht noch später drüber reden Was jetzt auch noch, sag ich mal, Comic-Film zeitgeschichtlich ziemlich interessant ist Vor allem mit dem Hintergrund, dass eben das DC-Universe jetzt erst so richtig in Fahrt kommt Und dann ist das Interessante, dass zum Zeitpunkt, als Iron Man erschienen ist Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber ich vermute mal, es war ein Sommer-Release Genau War noch nicht mal The Dark Knight draußen Weil der kam ja, glaube ich, im September oder im Oktober 2008 raus Und das ist eben das Mega-Interessante, dass es quasi so war, dass DC zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, nach 2008 War das Gefühl wahrscheinlich, ich war da noch nicht so filmisch bewandert Wahrscheinlich eher so, wow, DC hat jetzt gerade mit The Dark Knight den Comic-Film schlechthin abgeliefert Und Marvel startet jetzt hier gerade irgendwie mit Iron Man irgendwie so einen coolen Film weg Und das ist dann super interessant, vor allem, weil man betrachtet, dass DC quasi bis 2012, ja Obwohl 2011 kam der Green Lantern-Film dann raus, der ja hätte auch, glaube ich, schon sollen in einem Universum spielen Ich meine, ich habe da irgend sowas gelesen, ich weiß es auch nicht so genau Und dann nach The Dark Knight Rises wurde dann ja quasi das Universum mit Man of Steel erst losgetreten Und das ist halt interessant, dass das wirklich so unglaublich lang gedauert hat Mit der Prämisse oder mit den Vorzeichen, dass DC eigentlich in dem Moment schon eine eigene Batman-Reihe am Laufen hatte Was ich echt so zeitmäßig ziemlich verwirrend und konfus finde Dass das dann alles sich so ergeben hat Und dass es sich jetzt halt im Moment so der Tenor ist Insgesamt, dass es halt eher so heißt, ja, DC hängt hinterher, DC muss aufholen Und ich habe das letztens schon mal irgendwann in einem Talk gesagt Ah, das war zum Suicide Squad Spoiler Talk, da habe ich nämlich gesagt Ich hätte persönlich nie Probleme damit gehabt Und ich denke, dass das mindestens auch so genauso erfolgreich gewesen wäre Wenn DC kein Universum gestartet hätte, sondern ihm gesagt hätte, wir machen eine Superman-Trilogie Dann machen wir eine Batman-Trilogie mit Ben Affleck Dann besitzen wir fünf Jahre später die Rollen wieder neu und machen eine Batman-wie-Superman-Trilogie Dann zwei Suicide-Sport-Filme oder so Ich finde, vielleicht wäre es für DC mit den aktuellen Umständen, mit denen sie zu kämpfen haben Ein einfacherer Weg gewesen, ihre Reise fortzuführen Die sie ja mit der Dark-Night-Trilogie irgendwie mehr als erfolgreich begonnen haben Das ist auch schon ein guter Vergleich Also jetzt reden wir natürlich jetzt, wenn wir über die Dark-Night-Trilogie sprechen Natürlich nicht über Filme, die in dem Universe stattfinden Aber trotzdem hat sich, finde ich, hier schon abgezeichnet In welche Richtung oder mit welcher Herangehensweise DC, beziehungsweise Warner An ihre Comic-Filme und an ihr Universum später gehen wollte Und es ja jetzt im Moment auch macht Es ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, direkt auch mal Iron Man und vielleicht The Dark Knight zu vergleichen Iron Man, auf der einen Seite Wenn man das polemisch meint, dann könnte man sagen Popcorn-Kino vom Allerfeinsten Einfach so ein total locker, lustiger Film, mit schöner AC-DC-Musik drunter Der einfach super unterhalten hat Das war ein toller Film, der hat jetzt nicht unbedingt so viel Tiefe War okay, weil Iron Man jetzt noch einer der realistischeren Superhelden war Kann man das jetzt dem Film nicht so ankreiden Aber vor allem halt The Dark Knight, diese Trilogie von Christopher Nolan Die ja einfach diesen Comic-Film einfach auch irgendwie revolutioniert hat Beziehungsweise einen ganz anderen Ansatz daran gewählt hat Und einen wesentlich raueren, dunkleren und realistischeren Und das hat natürlich jetzt auch das DC-Universe, würde ich sagen, nachhaltig beeinflusst Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern das letztlich beabsichtigt war Weil das Interessante daran ja auch ist Ich weiß, wie gesagt, weil das ist halt alles aus einer Zeit, wo ich mit Filmen noch nicht so News-mäßig auch on the top war Aber da stellt sich für mich jetzt gerade aus dem Kontext die Frage Inwiefern war The Man of Steel noch quasi auf den Schultern von Christopher Nolan Dass jetzt gesagt wird, also für mich klingt das jetzt absolut schlüssig Dass gesagt wird, wir haben jetzt die erfolgreiche Dark Knight-Trilogie Und Nollisieren jetzt auch Superman, weil das ist ja letztlich das, was passiert ist World mit Zack Snyder Christopher Nolan war, glaube ich, trotzdem Executive Producer Er war auf jeden Fall, ich weiß nicht wie Aber war irgendwas wahrer Und dass das dann interessant ist, jetzt im Nachhinein zu gucken Inwiefern hat sich DC, ist DC in diesen Ton reingestolpert tatsächlich Vor allem jetzt auch mit den Änderungen und dem Comic-Aspekt Mit dem Comedy-Aspekt Comic-Relief-Aspekt Suicide Squad und so Das ist vielleicht was ganz Interessantes Dass das da Leute mittlerweile ja sagen Ja, DC ist eher das Ernste und Marvel ist eher das Lustige Aber dass DC ja vielleicht möglicherweise gar nicht für sich gepachtet hat Das ernste Franchise oder das ernste Comic-Universum zu sein Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es in den Comics dann ist Aber ich weiß schon, dass da auch mehr Wie gesagt, also ich meine, der Joker und so Das ist ja jetzt keine Comedy-Figur Auch wenn es natürlich teilweise Jack Nicholson hatte, so Elemente Und auch Jared Leto hat jetzt so ein bisschen das Ja, ich meine, der Joker erzählt, die Jokes Es liegt ja eben quasi Der Rolle in die Wiege, ist der Rolle in die Wiege gelegt Was ich sagen wollte, ist, es ist natürlich auch die Frage Wenn du sagst, das ist, das eine ist das Lustige Und das andere ist eher das Ernste Hat das Ernste dann auch mehr Tiefgang? Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die sich das DC-Universe stellen will Weil das glaube ich, ist nämlich eher nicht der Fall So wie ich das bisher sehe Was, ein Credo von dir, was auch vollkommen richtig ist Man soll nie Filme für das kritisieren, was sie nicht sind Das ist natürlich jetzt auch schwierig, diesem Universum das vorzuwerfen Zu sagen, ja okay, ihr könntet vielleicht mehr Tiefgang machen Weil ihr die Ernsteren seid Batman wie Superman hätte vielleicht die Schiene Die Schiene Gott-Mensch Also diesen Konflikt hätte natürlich viel weiter ausgebaut werden können Oder größer Oder das vielleicht ein bisschen mehr zu besprechen Weil zum Beispiel jetzt in den Avengers-Filmen Ständig halt die gesichtslosen Armeen hingemetzelt werden Man of Steel, fand ich zum Beispiel, hatte noch Zumindest im Kontext von Batman, die Superhandel und Suicide Squad Einen größeren Tiefgang eigentlich Zumindest in dem Inizial Also Markus könnte da jetzt wahrscheinlich einen Roman drüber schreiben Weil es ja einer seiner Lieblingsfilme ist Aber lass uns doch jetzt mal Quasi einen Schritt weiter gehen Und dann auch mal über die Filme an sich sprechen Wir haben jetzt viel über das Universum Und das Universe-Building und so geredet Und da soll jetzt halt wirklich mal drauf eingehen Wie die Filme gemacht sind Was für Eigenheiten es gibt Und Ja, ob die, sag ich mal Unbedingt nützlich sind Oder ob Ob es Was Positives oder vielleicht sogar was Negatives haben kann Das ist jetzt natürlich sehr Nein, darüber reden wir jetzt nicht Es ist ein weites Feld Ich kann ja mal noch in kurzem Ich merke, dass du struggelst Ja, gib mir vielleicht einen Happen Zum Beispiel ist es ja oft so Dass man Wo man DC oft vorwirft Es ist immer das Darke Und sie können nichts erzählen Quasi das, was wir ja eben hier schon Da wird auf der anderen Seite ja Marvel oft vorgeworfen Auch unbedingt Nicht gerade wenig Och fuck, ich verzettel mich Es wird nicht gerade von wenigen Marvel vorgeworfen So jetzt aber Dass sie viel zu oft dieselbe Geschichte erzählen Und da gibt es natürlich auch diesen berühmten Begriff der Marvel-Formel Ja Also Was Benni Um vielleicht noch Auf die Marvel-Formel zu umschiffen Generell, was ich glaube ich Bei Marvel Cinematic Universe Oder bei diesem Universe Building Vor allem von Marvel Was man dem vorwerfen kann Ist auf einer grundsätzlichen Basis Diese Origins-Story-Not Die sie haben Und also, was heißt die sie haben Aber die ist auf jeden Fall immer Also in vielen Filmen In denen sich das widerspiegelt Dass quasi die meisten Superhelden Und sogar solche Superhelden wie Ant-Man Der jetzt nicht sonderlich großen Raum Also jetzt nicht den größten Raum In dem Marvel Universe In den Comics selbst einnimmt Es ist halt Ich weiß nicht, ob das so notwendig ist Immer Origin-Stories für jeden Charakter zu machen Ich gehe vielleicht nochmal zurück Auf diesen Vergleich von Universe und Serie In der Serie Ist es ja auch nicht so Dass in jeder Folge Ein neuer Charakter etabliert wird Also dass Innerhalb von der Serie es eine Folge gibt Die nur den Charakter etabliert Sondern vielleicht wäre es einfach mal Was Clevereres Oder ein neuerer Ansatz Charaktere einfach so In den Topf zu werfen Und zu sagen Den gibt es auch Und dann erzählen wir Deuten wir das halt nur an Lassen es ein bisschen im Dunkeln Das ist vielleicht was Interessanteres Und das ist glaube ich Ein Argument Was oft auch Marvel schon Vorgeworfen wurde Dass sie halt einfach grundsätzlich immer Oder mit jedem neuen Superhelden Immer nochmal eine neue Origin-Story Fabrizieren müssen Und es muss nochmal neu erzählt werden Es wird nochmal aufgerollt Und grundsätzlich muss man halt einfach sagen Ich meine Man kann Marvel nicht kritisieren Für die Origin-Stories Die sie haben Die sind halt schon vorgeschrieben Aber letztlich sind die sich alle Ziemlich gleich Es sind halt doch irgendwie Immer nochmal dieselben Heldengeschichten Irgendwie kommt der zu seinen Fähigkeiten Testet seine Fähigkeiten Innerhalb des Filmes Und dann gibt es einen bösen Konflikt Es gibt meistens immer einen Bösewicht oder so Gegen den muss gekämpft werden Und am Schluss ist Das Problem daran ist letztlich nicht mal Sozusagen eine gleiche Struktur Weil ich meine Narrativ kannst du den Film eigentlich schlecht vorwerfen Dass es immer dasselbe ist Weil jeder Film halt Der in diese Richtung geht Irgendwo immer dasselbe ist Das ist natürlich Da sind wir wieder bei Heldenreisen Und verschiedenen Filmtropen Die es da gibt Verschiedenen erzählerischen Narrativen Eigenheiten Und eben nicht Eigenheiten Sondern Sachen Die immer wieder gleich sind Weil Das ist halt das Wo sich Marvel Sozusagen drauf Spezialisiert hat Weil das ist das Was sie Ich will nicht sagen Perfektioniert haben Aber das können sie halt Und das Problem Daran ist ja Das ist Meiner Meinung nach Da können wir ja schon So ein bisschen hingehen Nicht schaffen mir Also das Problem ist letztlich Dass sie immer diese Geschichte erzählen Nur mit anderen Gimmicks Jetzt haben wir Doctor Strange Dieses Zaubergimmick Wir haben bei Iron Man Das Technik Gimmick Wir haben bei Ant-Man Dieses Technik Gimmick Verbunden natürlich damit Dass er klein wird Und das sind immer so diese Gimmicks An denen ich An denen die Filme Ein bisschen negativ ausgedrückt Verkauft werden Ja ich meine aber Das ist halt grundsätzlich Ist natürlich Du hast natürlich recht damit Aber das liegt an der Tatsache Dass es halt Superheldenfilme sind Und wenn man Wenn man das so auslegt Könnte man sagen Dass diese Gimmicks Mehr oder weniger Die Kräfte Der Superhelden sind An denen sich Genau so ja eben Und an denen hängen sich Die Filme halt auf Aber es ist natürlich Jetzt ein ganz Viel größeres Argument Was man vielleicht auch Also was man nicht vielleicht Sondern was man DC Natürlich auch Auf eine Art vorwerfen kann Ich finde Aber trotzdem Es ist halt Immer die Frage Wie mit den Charakteren Die man hat Auch umgegangen wird Und wie die verkauft werden In was für Geschichten Die verpackt werden Und Ich zum Beispiel Wenn man sich jetzt Diese drei neuen Filme von DC anguckt Im Vergleich zu den Marvel Filmen Dann haben wir klar Eine Origin Story Wir haben Man of Steel Aber dann Haben wir Batman vs. Superman Ohne dass Batman Jetzt seinen Alleinstellungsfilm hat Klar Braucht er auch eigentlich nicht Weil wie oft haben wir schon Batman Wir kennen alle Ich meine Also jeder kennt Batman Das ist eine der Wahrscheinlich Bekanntesten Figuren der Popkultur Und Was soll ich jetzt sagen Ah ja Der hat halt eben Keinen Origins Film bekommen Sondern der ist einfach In den Topf Sozusagen geworfen worden Klar Jetzt nur mit Superman Weil es nur Superman gibt Aber Daneben wird auch noch Wonder Woman Neu etabliert Ohne jetzt eine komplette Origins Story zu erzählen Sie bekommt jetzt zwar einen Film Das gebe ich zu Aber trotzdem finde ich Diesen Also es zeichnet sich hier Am Anfang schon mal Was Neues ab Dass es wirklich versucht wird Zumindest Und auch mit Suicide Squad Der jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Die muss man halt nochmal da Anders sehen Weil das halt eher so ein Ensemble Film ist Das ist quasi ja Könnte man vielleicht am ehesten Mit Avengers vergleichen Oder Guardians of the Galaxy Ja oder mit Ja klar Mit Guardians of the Galaxy Ist wahrscheinlich der naheliegendste Vergleich Wo wir halt so eine Truppe haben Ist halt nochmal ein anderer Ansatz Aber ja die beiden Filme Sind ja auch schon oft verglichen worden Ist halt tatsächlich so Und ich finde auch Das Ding ist Wo du es jetzt gerade schon Verglichen hast Ist ja auch Also die Marvel-Erzählung Und das hat ja durchaus Das habe ich auch schon Ganz oft gelesen Dass es als Serie Konsumiert werden soll Im Sinne von Ich weiß es jetzt nicht Jeden Tag einen Film oder so Keine Ahnung Aber Ich finde Dass sich DC Und ich kann es natürlich nicht beurteilen Ich würde im aktuellen Kontext Ehr sagen Dass es sich Nicht anders leisten kann Aber ich will es jetzt mal Irgendwie eher positiv auslegen Und sagen Dass DC sich Ein bisschen anderes Konzept Überlegt hat Und zwar Dass die hingehen Und eher Geschichten An Wie sagt man An Ereignisseketten Sozusagen Und sagen Wir haben jetzt Man of Steel Und dann gab es Diese Verwüstung Und diese Verwüstung Erzeugt Folgende Geschichte Wie die Geschichte jetzt ist Und ob sie gut ist Oder nicht Ist nochmal was ganz anderes Aber das ist jetzt eher was Um diese komplette Sache Jetzt Dieses komplette Universum Voranzutreiben Ist es dann eher so Dass die sagen Wir haben jetzt Diesen Auslöser Und durch diesen Auslöser Kommt Batman in die Geschichte Und bei Marvel Ist es dann halt eher so Dass die sagen Guck mal Iron Man hat jetzt halt Viel Scheiße gebaut Aber im nächsten Film Nämlich Hulk Der in Brasilien spielt Ist alles wieder okay Und dann kommt Iron Man 2 Und dann sehen wir die Konsequenzen Von Iron Man 1 Aber auch nur so ein bisschen Und dann Nach drei Jahren Kommt Avengers Und da ist nochmal Alles ganz anders Und ich finde Das ist Eine Sache Die man machen kann Aber ich finde Das ist auch gleichzeitig Eine Sache Wo man sagen muss Dass dieses Pionierprojekt Marvel Cinematic Universe Was es ja auch ist Das muss man halt Einfach sagen Für mich letztlich Ein kleines bisschen scheitert Weil es Jetzt in den letzten Drei Zwei, drei, vier Jahren Vier Jahren würde ich schon Nicht sagen Aber so ab 2014 15 und 16 Es nicht geschafft hat Eine neue Und eigenständige Erzählung zu entwickeln Es ist jetzt Immer noch Mit dem Civil War Dass ich gut fand Dass es diesen Civil War gab Und dass da auch Mal Sachen passiert sind Und Black Panther dabei war Und so Aber jetzt kommt Doctor Strange Dann kommt nochmal Captain Marvel Dann kommt nochmal Black Panther Guardians of the Galaxy Und Black Panther Und dann kommt glaube ich Noch irgendwann Infinity War In der glaube ich Zwei Teile geteilt wird Genau Und Nee Infinity War Ist nicht mehr zwei Teile Es ist jetzt nur noch Infinity War Und dann kommt noch Ein anderer Avengers Achso So ist es ungefähr Genau Und das ist der Punkt Wo ich sagen muss Dass sich das Marvel Cinematic Universe Für mich Zu sehr von einer Glaubhaften Seriellen Erzählung Entfernt hat Als dass ich noch Sagen könnte Ich glaube dem Ding Irgendwie Dass es in einem Universum existiert Das ist jetzt natürlich Sehr weit rausgeholt Aber Ich glaube die haben sich Mit den Origins Keinen Gefallen getan Zumindest nicht mehr Seit Guardians of the Galaxy Das hätte sollen Der letzte sein Für mich persönlich Und alles andere Hätte müssen Anhand von Sachen Ereignissen Filmen Etabliert werden Ich brauche zum Beispiel Keinen Black Panther Solo Film Ich meine Dass die Das Geld dafür Wollen Ist völlig legitim Und auch haben Und die Leute Gehen ja auch rein Und ich meine Ich würde mir den auch angucken Ist klar Aber auch das würde ich Jetzt noch gerade adressieren Ich will jetzt Weder Um Gottes Willen Weder rassistische Noch sexistische Vorwürfe An Marvel rausballern Aber die haben jetzt 13 Filme gemacht Es sind noch 5 in Planung Und Eine Frau Wird mal Regie führen Bei Captain Marvel Und Auch mal eine Wirklich Also abgesehen jetzt von Bei den Avengers Auch die erste Frau Die tatsächlich Eine eigene Rotte spielt Oder nicht Habe ich das Auf jeden Fall Die einen eigenen Solo Film kriegt Ja Black Widow Und Scarlet Witch Ja aber es sind ja beide Eher Eher kleinere Charaktere Mit Ryan Coogler Hat man den ersten Afroamerikanischen Regisseur Bei Black Panther Bei Black Panther Also halt Ich meine Ich weiß nicht aus welchem Kontext das ist Wenn es aus einem Kontext ist Dass da wirklich jemand bei Marvel sitzt Und sagt Wir haben jetzt einen Film In dem eine Frau die Protagonistin ist Wir brauchen eine weibliche Regisseurin Damit wir den Charakter besser verstehen Bitte nicht Dann muss ich mir einfach nur An den Kopf fassen Und sagen Das ist das Dümmste Was ich in meinem Leben gehört habe Genauso wie mit Ryan Coogler Bei Black Panther Aber ich finde es ist mindestens unglücklich Zu sagen Wir haben jetzt Es fällt halt schon ins Auge Ja und ich meine Man kann jetzt Marvel Fans Die das jetzt hören werden Vielleicht auch zu Recht sagen Aber bei DC Ist das jetzt ähnlich Mit Patty Jenkins Die Wonder Woman macht Da muss ich aber auch sagen Ja Aber es ist halt eben erst Der vierte Film So Und Der Flash Film Wird von einem Afroamerikanischen Regisseur gemacht Und Ich meine Klar das hat jetzt nichts Mit dem Filmemachen an sich zu tun Aber ich finde das schon Maximal unglücklich Was da Also wie das dann abläuft Dass man dann sagt Sagen wir mal Es fällt halt Wie gesagt Es fällt ins Auge Das wirkt halt einfach komisch Wenn du Du hast halt diese Diese eine Frau Ich meine Es ist halt immer so eine Es ist eine Elendliche Debatte Und da könnte man sich Stundenlang dem Hund Fusselig reden Und wahrscheinlich doch nur Auf der Stelle treten Was diese Was die Geschlechterdebatte angeht Und so Aber sowas ist halt Ja Es wirkt irgendwie unglücklich Das kann man Das kann man auf jeden Fall so sagen Genau das Und Ja Wie gesagt Ich würde sagen Wir gehen jetzt dann tatsächlich Weil wir ja viele Ich habe noch eine kurze Frage Sag Wenn du die Ich weiß die Antwort A, B, C, D Nein Wenn du jetzt Grundsätzlich diese beiden Universen Gegenüber stellen würdest Gefällt dir denn Jetzt auf dem Moment Grundsätzlich besser? X-Men Das wäre die richtige Antwort Nee Also es ist jetzt Tatsächlich im Moment Es ist halt immer eine blöde Frage Sowas zu vergleichen Aber ich meine Es sind die beiden Universen Die es gibt Eben Und es sind beides Comic-Universen Und es sind beides Comic-Universen Und dieses Video Beinhaltet diese beiden zu vergleichen Also es ist schon legitim Aber Wie gesagt Ich habe mit dem Marvel Cinematic Universe Seit jeher nicht viel am Hut Ich finde, dass Das Marvel Cinematic Universe Na das klingt jetzt schon fast wie ein Fazit Aber Ich gehe dann eher nochmal Auf was ganz Spezifisches ein Bevor ich da wirklich Zu einem endgültigen Fazit komme Vor allem weil Weil ich halt auch finde Und das ist ein Problem Ich glaube das habe ich bei Suicide Squad angesprochen Im Spoiler Talk auch Ich würde nicht sagen es ist ein Problem Aber es ist was was sich für mich Durchs Marvel Cinematic Universe zieht Und was ein Hauptgrund dafür ist Warum ich diese Filme nicht so wertschätzen kann Und zwar ist das Ding Dass Marvel sich oft Ich würde sagen in 80% der Fälle Keine Regisseure an Bord nimmt Die eine Vision haben Und damit will ich jetzt keinem Oder einen eigenen Pinselstrich sozusagen Damit will ich jetzt keinem der Regisseure Irgendwie eine Vision Oder ein Handwerk absprechen Aber ich finde es ist doch nochmal was anderes Einen Edgar Wright für Ant-Man zu engagieren Ihn dann zu entlassen Und dann einen Regisseur Wie bei aller Liebe Peyton Reed zu engagieren Ich meine das ist jetzt nochmal was anderes Weil der musste halt dann rein Weil der Film musste fertiggestellt werden Und so Aber Und das ist halt auch das Ding Wo ich sage Von der grundsätzlichen Einstellung her Gegenüber den Filmen Die produziert werden sollen Ist mir Der Augenscheinliche Weg von DC Viel lieber Weil die halt hingehen und sagen Wir haben einen Zack Snyder Der um Gottes Willen Sehr umstritten ist Und der auch nicht nur gute Filme macht Und dessen Filme auch Immer irgendwelche Schwächen Aber der Typ geht rein Der nimmt die Kamera Der macht was damit Der sagt Ich will den Film jetzt genau so machen Und der macht den Film genauso Und wenn Warner dann am Schluss hingeht Und sagt Ey fuck you Dann kann Zack Snyder halt leider nichts mehr dafür Und ob der Film dann gut ist oder nicht Ist auch noch was ganz anderes Aber zum Beispiel auch David Ayer Das ist ein Das ist jemand der sein Handwerk beherrscht Der hat auch schon Blödsinn gemacht Er hat auch schon gute Filme Jetzt haben sie Ben Affleck Der Natürlich Oscar prämierter Drehbuchschreiber Und Oscar prämierter Filmemacher Und Oscar prämierter Darsteller Und Oscar prämierter Darsteller Du engagierst nicht einfach einen Ben Affleck Und sagst Ben Affleck Wie er einen Batman Film zu tun hat Aber wenn du Kenneth Brenner Bei allem Respekt Der hat auch schon coole Sachen gemacht Für einen Thor Film engagierst Dann kann man da halt nicht unbedingt jetzt erwarten Dass da visionäre Nolaneske Neuinterpretation des Stoffes dabei rauskommt Sondern es wird halt bei Marvel Als mein abschließendes Wort Eher danach gegangen Wir wollen genau diesen Film Wer kann uns diesen Film machen Und gibt keine Widerworte Also ich bleib wieder bei meinem Vergleich Auch von den Serien Weil zum Beispiel Thor 2 wurde von Ich glaub Alan Taylor heißt er Game of Thrones Und der hat auch Terminator 5 jetzt gemacht Richtig genau Er ist halt eben auch Er kommt von den Serien Und er kommt vom Serien erzählen Und da muss ich halt auch wieder sagen Ich verstehe dein Argument Und ich finde Das kann man denen auch so auslegen Man kann aber auch sagen Da hat jemand eine Vision Da will jemand ein Universum Da will jemand Dass alle Filme Einen blauen Filter drüber haben Oder jetzt um das so zu sagen Und das ist klar Dann wollen wir halt auch einfach sagen Okay ich In Anführungszeichen Instrumentalisiere einfach den Regisseur Und sag Könntest du bitte uns helfen Unsere Vision Also könntest du Nicht mit deiner Vision Sondern ich will Dass du unsere Des Marvel Studios Dass du unsere Vision Versuchst zu übersetzen Auf die Filme Und sagst Ja okay Dann arbeite halt für uns Und mach nicht dein eigenes Ding Sozusagen Ich verstehe dein Argument Auf jeden Fall Und ich finde da sind wir jetzt bei einer Unfassbar Bei einem unglaublich Interessanten Punkt Und ich finde sogar Eigentlich schon fast Bei der Essenz Vom Marvel Cinematic Universe Weil Weißt du Bei welchem Medium Es noch so ist Dass es eher Ein Produzenten Und ein Schreiber Medium Als ein Regisseur Medium ist Bei Serien Und das Deshalb liegt der Vergleich Ja auch so nah Deswegen Und vor allem Also nur nochmal Jetzt kurz um das alles Dann zusammenzufassen Bei Serien Gibt es immer wieder Wechselnde Regisseure Es gibt viele Serien Die öfter mal Denselben Regisseur haben Aber da ist es dann auch Eher so Dass es ein Ausführendes Team Hinten dran gibt Es gibt meistens Den Showrunner Den Showrunner Und die Schreiberlinge Die das alles verwalten Und sich dann Regisseure engagieren Genau Und bei Marvel Gibt es einen guten Mann Der heißt Kevin Feige Der plant das alles Und der wird wohl Wahrscheinlich Wir haben es jetzt gelöst Das Mysterium ist geknackt Quatsch Der ist dann der Der das ausarbeitet Mit seinem Team Und dann sagt Wir brauchen jetzt Einen Regisseur Der uns diesen Film macht Und dann ist Finde ich eher Die interessante Frage Zumindest für Marvel Die kann man dann natürlich Gleich noch auf DC übertragen Ist es Ist das Medium Film Das richtige Medium Um ein Produzenten Medium zu sein Oder Sollte man vielleicht Eher sagen Wenn es drum geht Einen Film über Zweieinhalb Stunden Interessant zu machen Sollte man dann nicht Lieber Auf den Vertrauen Der Genau diesen Film Macht Weil ein Film Geht zwei Stunden Und eben nicht nur 20 oder 30 Oder 40 Minuten Und das ist für dich Eben die interessante Frage Die man da bei Marvel Ehr anbringen muss Bei DC Ist es halt Tatsächlich Eher noch gar nichts Weil Du hattest bisher nur Dieses Warner Ding Und jetzt wurde ja mit Jeff Jones Oder wie er heißt Jeff Joe Ich weiß nicht genau Wie er heißt Jemand Quasi In die Verantwortung gezogen Dem jetzt gesagt wird Du verantwortest das jetzt Du hast ja den Überblick Deswegen wird es jetzt Interessant Zu sehen sein Wie ab Sag ich mal Ja Justice League Ja ich würde sagen Ab Justice League Weil der ist ja jetzt Gerade so in der Produktion Das weiter geht Ob es ein ähnliches Ähnlicheres Produzenten Universum wird Oder ob es eben Ein Regisseur Universum Bleibt Sag ich jetzt mal Im Sinne von Dass sie weiter Diese Regisseure engagieren Das interessante Daran ist jetzt Allerletzter Satz Dass er jetzt für Flash Neubesetzt wurde Und dieser afroamerikanische Regisseur Der hat glaube ich Den Film Dope Vorher gemacht Und das erscheint mir Auch schon wieder Als so eine So eine Entscheidung Wo ich sage Ja der hat jetzt halt Ein Indie gemacht Und der war ganz erfolgreich Und ganz gut Und dann Schnappen wir uns jetzt Ja klar Es ist halt jetzt Sind wir viel eher Darauf gelandet Ob jetzt Dieses Universe Building Im Kino funktioniert Ob wie gesagt Ob Filme überhaupt Das Potenzial haben Das so auszuformulieren Wenn wir das wieder Mit der Serie vergleichen Ich meine Serien haben auch Manchmal Filler Folgen Die einfach nur So dazwischen sind Gibt es diese Filme Ja ich finde schon Ich finde Auf jeden Fall Also tut mir leid Ich habe Ant-Man nicht gesehen Aber es war halt Leider nur eine Filler Episode Die kann man überspringen Tut mir leid Du hast Civil War gesehen Ich habe Civil War gesehen Ich habe alle gesehen Außer Ant-Man Klar Aber Weil ich das irgendwie So auch wahrgenommen Wie so ein Filler Und das ist halt So eine grundsätzlichere Frage Wie das funktionieren kann Ob das im Kino funktionieren kann Und ich finde Dass das bei DC Im Moment noch eher so ist Dass es tatsächlich ein Filmuniversum ist Dass es eher noch Filme sind Die so kleine Querverweise haben Das gefällt mir ganz gut Was wir übrigens eben gesagt haben Was ja eigentlich gar nicht gestimmt hat Ist Haben nicht hier unsere Freunde angefangen Mit dem großen Universe Building In einem tatsächlichen Universum In einer weit entfernten Galaxie Wenn man so möchte Und ich meine Die haben ja auch Kathleen Kennedy Sozusagen Als eine Art Showrunner Ist natürlich auch vergleichbar Ohne das jetzt Ich meine Kein Wir sind Movies Video Ohne Star Wars Ne aber Deswegen Um das noch kurz Mal richtig zu stellen Also ich finde bisher bei DC Dass es eher so wirkt Als würden das tatsächlich Filme sein Die auch für sich stehen können Es ist immer die Frage Das kann man auch vielleicht Mit einem anderen Medium Von dem Medium des Albums vergleichen Wenn wir ein Album haben Ein Popalbum Oder Also Musik Musik Genau Klar ein Musikalbum Richtig Ein Konzeptalbum Dann gibt es in einem Konzeptalbum Halt eben auch Eher mal so Nicht so gute Songs Die aber innerhalb dieses Albums Gut funktionieren Und das ist die Frage Funktionieren diese Filme Auch für sich genommen Kann man die Muss man die In dem Universum bewerten Oder bewerte man den Film selber Als solchen Das ist halt auch eine Frage Die man sich stellen kann Und ich finde Bisher auch Und ich meine Wir werten ja schon die ganze Zeit So ein bisschen Dass auch bei DC Vielleicht das im Moment Ein bisschen besser funktioniert Dass die Filme für sich stehen Ja Das ist also Obwohl Batman wie Superman Jetzt vielleicht Okay Da ist vielleicht so eine Brücke Ja Das ist tatsächlich ein Brückenfilm Aber Ich gebe dir da tendenziell recht Was man jetzt vielleicht auch noch Ein bisschen Im Kontext sehen muss Was wir jetzt natürlich auch Gar nicht besprochen haben Ist Dass die Filme Natürlich auch Vor allem im Marvel Cinematic Universe Würde ich jetzt mal sagen Ohne Comics zu kennen Natürlich aber auch Von der übergreifenden Erzählung Comicfilme sein wollen Weil es ja immer Ich vergleiche es jetzt mal damit Es gibt Comicausgaben Und am Schluss kommt ein Sammelband raus Und so ungefähr fühlen sich die Phasen Bei Marvel bei mir an Es ist so ein bisschen Es kommen jetzt die ganzen Einzelfilme raus Aber du könntest dir auch einfach Avengers angucken Und kennst die ganzen Charaktere halt trotzdem So Weil ich meine Ich glaube Ich habe auch Avengers Vor Also ich habe den ersten Avengers Glaube ich gesehen Da kannte ich nur Iron Man 1 Iron Man 2 Und vielleicht Hulk Aber ich weiß es nicht Und der Film funktioniert halt Ja trotzdem Und das ist Finde ich auch noch Eine interessante Sache Die da so mit reinspielt Mit diesem Comic Mit dieser Comicveröffentlichung Wo ich aber dann auch sagen muss Das Medium Comic funktioniert Weil es wöchentlich erscheinen kann Oder zwei Oder monatlich Ja so Und wenn man nochmal Deine Album Allegorie hier Zu Rate ziehen soll Dann ist es auch wieder die Frage Ein Album dauert eine Stunde Die Marvel Filme dauern Zwei Tage Zusammengerechnet Klar Ich meine Es ist natürlich immer schwierig Sowas miteinander zu vergleichen Logisch Und vor allem Frage ich Also was natürlich auch noch Eine interessante Sache wird Die Halbwertszeit der ganzen Der Filme Ich meine Irgendwann machen wir uns nichts vor In ferner Zukunft Wird Auch Marvel Mal keine Filme mehr produzieren Oder zumindest Nicht mal jährlich zwei Sage ich jetzt einfach mal Ich sag mal so Ich freue mich jetzt schon Auf den sogenannten Neo-Comic-Film Dann wahrscheinlich Ende des 21. Jahrhunderts Sozusagen Um jetzt diesen Vergleich Zum Western zu ziehen Der einfach auch Seine Hochzeit hatte Damals 60er, 70er So Und Comic-Noir Winter-Soul Ist doch schon ein Comic-Noir-Film Nein Aber Ich meine Der Comic-Film hat jetzt halt Einfach im Moment Ist es das Das dominierende Film-Genre Würde ich behaupten Der Blockbuster Auf jeden Fall Weil es halt einfach Jedes Jahr mindestens Mal vier oder so gibt Nicht noch mehr Ich sag ja mindestens Deswegen Das ist ja das Minimum Was auf jeden Fall rauskommt Und das ist jetzt halt Im Moment so Klar Ich bin halt mal gespannt Wie sich das weiterentwickelt Und das ist auch noch Eine Frage Die ganz interessant ist Das Potenzial Was in diesen beiden Dingen steckt Das kann man vielleicht auch Eher vergleichen Als jetzt diese Menge von Filmen Bei Marvel auf der einen Seite Und diese Wenigen Filme erst bei DC Das Potenzial Was dahinter steckt Vor allem Wenn bei Auch bei Marvel Ich meine DC Wie gesagt Kinderschuhe Oh Gott Aber auch bei Marvel Ich meine Comic-Filme hin und her Halbwertszeit hin und her Aber es gibt in dem ganzen Konstrukt Dann halt auch noch Variable Wie Schauspieler Die älter werden Deren Verträge auslaufen Und für mich wird es jetzt schon interessant Ich mache mir die ganze Zeit Wirklich schon so im Hinterkopf Gedanken Obwohl es mich wirklich Jetzt nicht so mega interessiert Oder ich so mega involviert bin In das Ganze Wie geht es jetzt nach Phase 4 Glaube ich ist Marvel jetzt Phase 3 Ich weiß es nicht so genau Aber wie geht es in Phase 4 Oder nach Phase 4 Wann dann auch immer weiter Weil Irgendwann ist auch Robert Downey Jr. alt Und irgendwann hat auch Chris Evans mal keinen Bock mehr Immer noch den Captain America Schon wieder einen Comic-Film Schon wieder Muss er Human Torch spielen Ach nee Und ich finde Gerade auch das interessant Wie wird sich das halten Und das Krasse ist aber Dass sich gerade Marvel Ja mit dieser Vermeintlichen Formel Einen Weg erarbeitet hat Wie sie immer wieder Völlig uninteressante Vermeintlich völlig uninteressante Charaktere Auf die Leinwand kriegen Und die Leute sich das Einfach angucken Das ist schon krass Weil ich dann halt auch denke Irgendwann muss es die Leute Doch nerven Ich meine ich gucke mir Die Filme auch an Ich fühle mich aber Journalistisch dazu verpflichtet Weil ich halt hier drüber reden will Und weil ich ja auch Das Wissen haben will Aber wenn ich jetzt so Ja Leute mir angucke Die jetzt halt Casual ins Kino gehen Und die gehen dann Dreimal im Jahr ins Kino Und dann gucken sie sich Doctor Strange Civil War Und Batman wie Superman an Und dann denke ich mir Wie lang Funktioniert sowas halt dann Wann ist die Übersättigung Wann setzt die ein Also bei Marvel kann man vielleicht sagen Dass es ein Ende gibt Wenn Weil es gibt ja Im Marvel Cinematic Universe Ohne das jetzt zu viel zu spoilern Diese Infinity Steine Und das wird wahrscheinlich Irgendwie einen Endpunkt finden Ich habe halt gedacht Du hast mich ja eben korrigiert Das ist halt Der Infinity War Dass das quasi Das Aber es soll danach Noch ein Dings werden Okay dann weiß ich nicht Was sie damit betrecken wollen Das ist jetzt halt Eine andere Sache Ich meine Markus hat es auch schon In anderen Videos Angesprochen Dass er Wenn er sagt Dass er beim MCU Eigentlich ganz gut findet Dass jeder Film Innerhalb dieses Universums So ein bisschen Eine andere Note auch hat Also das zum Beispiel Wie wir eben schon angesprochen haben Captain America 2 Eher so ein Spionagefilm ist Und so Aber ich persönlich Und dass es halt Wie gesagt Verschiedene Genre-Mischungen Gibt innerhalb der Filme Aber ich bin da Ein bisschen skeptischer Muss ich ehrlich sagen Ich finde Dass es schon Sich auch abzeichnet Dass sie auch so Kleine Noten haben Das tun sie schon einbauen Aber grundsätzlich Sind es meistens Eben wie du schon sagst Diese Marvel-Formel Immer diese Comic-Filme Die sich irgendwie wiederholen Und Ja Also Das ist natürlich Eine wirklich interessante Frage Wie das dann noch weitergeht Weil das ist dann halt Einfach so Wie Ich bleib bei diesem Serienvergleich Einfach Der ist einfach toll Noch eine Staffel dran zu hängen Braucht jemand Die neunte Staffel Scrubs Ich Nee Na gut Da ist Dave Franco dabei Aber viele sagen Er hat die kaputt gemacht Aber ein ganz anderer Das ist es halt Ich weiß nicht Ob das immer was bringt Noch mal was dran zu hängen Und noch mal was dran zu hängen Ähm Ich finde Sowas sollte vielleicht Einfach einen Bogen haben Und dann Irgendwo hört der Bogen halt auf Was ich mir auch schon gedacht habe Was eigentlich Wenn man es mal Bei Medium Comic Belässt Ziemlich interessant wäre Wenn Marvel wirklich sagt Nach Infinity War Äh Es sterben alle oder so Oder es ist einfach beendet Und dann machen sie Drei Jahre Pause Und dann wird Ich meine das ist ja bei den Comics auch so Es gibt noch vier verschiedene Captain America Comics Oder so Ich kenne mich jetzt auch nicht so mega aus Aber dass sie dann einfach sagen Wir machen es jetzt nochmal komplett anders Ich meine es gibt ja auch Die Amazing Spider-Man Die Ultimate Spider-Man Spider-Man Und dass sie dann Einfach nochmal was anderes erzählen Das wird zwar wahrscheinlich auch monoton Ich bin der Erste Der sich darüber beschwert Aber das hätte Das hätte was Comic-Hafteres Weißt du Mehr als eine Serie Aber bevor wir jetzt noch ewig lang Den Serienvergleich anstreben Der sich aber eben auch anbietet Ist ihm tatsächlich so Lass uns dann letztlich nochmal Ganz persönlich drüber reden Was gefällt uns besser Was gefällt dir besser Was sind deine Lieblingsfilme Was sind deine Nicht so gerne Lieblingsfilme Was nervt dich Was findest du gut De facto ist es so Dass das MCU Bisher die unterhaltsameren Filme hat Also ich bleib dabei Iron Man Der erste Iron Man Ist für mich Ein absoluter Fehlgut-Movie Den kann ich mir jederzeit angucken Der macht einfach Spaß Danach gab es halt Viele Sachen Die mich Oder viele Filme Um es ja genau zu sagen Viele Filme Die mich nicht so vom Hocker gerissen haben Guardians of the Galaxy Fand ich echt noch ganz cool Abgesehen jetzt von dem ganzen Hype Fand ich Ist das ein echt Auch wieder ein witziger Film Der wirklich gut zu unterhalten weiß Ansonsten Brauche ich vielleicht Nicht so viele Filme Insgesamt Ist es halt eben In dieser Breite Doch zu viel Glaube ich Bei DC Ist es im Moment schwierig Man of Steel Hat mir Nicht ganz so gut gefallen Batman wie Superman Hat mir besser gefallen Der hat mir echt ganz gut gefallen Suicide Squad Ist leider Wir müssen es halt sagen Und wir wissen es alle Ist halt leider eher eine Enttäuschung Der aber trotzdem Zu unseren Alten weiß Aber eben Viel mehr Potenzial hatte Da hat auch Mein Potenzial drin gesteckt Ich finde Beide Universen Tatsächlich Filmisch gesehen Nicht so stark Wahrscheinlich Beiden Universen Eher so Wenn man dem Universum Eine Gesamtnote geben müsste Was schwierig ist Aber wenn wir das jetzt mal Machen wir es einfach so Ich würde glaube ich Beiden Vielleicht eine 6 von 10 geben Auf beiden Seiten Also schon echt Nur Durchschnittlich Es gibt halt einfach Ein paar geile Filme Aber es sind eher weniger Deshalb würde ich Wenn ich mich Für zwischen beiden Entscheiden müsste Einfach im Moment sagen Iron Man Der ist der Iron Man Film Wenn du dich zwischen beiden Entscheiden müsstest Genau Jetzt habe ich den Gag Erst kopiert Doch du redest Blödsinn Ne aber So und Das DC Universe Ist für mich einfach Noch Um so eine Gesamtbewertung Zu geben Noch ein bisschen zu sehr Wie gesagt In den Kinderschuhen Ist noch relativ jung Hat noch nicht so viel Es hat aber Ich finde das Potenzial Trotzdem interessant Und ich glaube Wenn man das vergleichen Sollte Hat für mich Das DC Universe Größeres Potenzial Und man muss ja auch Mal vergleichen Wenn man jetzt Die ersten drei Filme MCU Und die ersten drei Filme DC Nimmt Dann haben wir Iron Man 1 Hulk Und Iron Man 2 Gegen Man of Steel Thor Ne Ich glaube Iron Man 2 Dann Thor Dann Captain America Ne du meinst Iron Man Ja Hast du jetzt chronologisch Oder Geschichtlich gemeint Also ich meine Iron Man 1 War ja 2008 Hulk war 2000 Ich habe chronologisch gemeint Also ich habe Innerhalb der Geschichte Innerhalb der Diägesen Ah Ne 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 Weil Wenn man die ersten drei Filme Die erschienen sind Nimmt Dann war Hulk und Iron Man 2 Jetzt für die Gesamtkritikerlandschaft Jetzt auch nicht so Der absolute Börner Absolut nicht Ne Ich mag Hulk Immer noch ganz gern Ich fand den ganz cool Den mochte ich tatsächlich Iron Man 2 Ja Ich mag auch den ersten Iron Man ganz gern Aber jetzt auch nicht so mega Und da muss ich auch sagen So Wenn man jetzt den Drei gegen drei Vergleich machen müsste Wäre es dann halt Tatsächlich auch eher so Dass ich da schon sage Ja okay Dann finde ich DC Schon interessanter Aber wenn die Filme Wie gesagt Alle Ihre Schwächen hatten Ähm Wie gesagt Fazit Dann von mir Ich bleibe dabei Das Marvel Cinematic Universe Ist nichts für mich Ich kann mich damit nicht abfinden Wegen vielen Sachen Die ich jetzt genannt habe Der episodenhaften Erzählung Der Regisseure Die für mich Also es ist immer so ein bisschen All glatt 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 gebügelt Was immer noch dazu kommt Was immer noch dazu kommt ist Dass ich ganz oft auch das Gefühl habe Weil wir immer noch bei den Serien sind Die Filme sehen für mich ganz oft auch nach Serienproduktionen aus Ich möchte da vor allem auch nochmal Civil War hervorheben Wo es für mich echt Also der Film so Setting mäßig Ja ich weiß genau was du meinst Da will ich jetzt auch gar nicht so gegenüber Serien bashen oder so Vor allem bei Game of Thrones ja mega gut ausgestattet ist und so Aber Serien spielen oft in Büros In Häusern Ja Vor grauen Wänden oder so Das ist natürlich auch ein blödes Klischee Aber bei Serien ist es halt öfter so Dass das Budget nicht ganz so groß ist Und wenn du da jetzt mal Civil War anguckst Dann merkst du halt Dass diese Russo Brüder Die den gemacht haben Halt auch eher Seriendirector sind Weil ganz viel im Büro Vor grauen Wänden Unter einem Tunnel oder so Auf Straße Also auf Straße Auf der Straße Ja genau Und ich finde das da auch oft so In der Großstraße Dass Marvel Cinematic Universe nicht so geil ist Wenn es darum geht Welten zu entwerfen Und sich tatsächlich so reinzuziehen Das ist auch was was ich bei DC super gut finde Auch wenn es Oft nur in Metropolis Oder Gotham ist Die Bilder Die vor allem dann auch natürlich Zack Snyder kreiert Stehen für sich Die können für sich stehen Und die vermitteln dir Zu jeder Zeit das Gefühl Dass du jetzt gerade In einer anderen Welt bist Wobei wir ja Gotham jetzt Noch nicht so viel gesehen haben Nee das stimmt Und das finde ich auch interessant Wie Gotham gestaltet wird Weil das ist halt einfach auch Ein Alleinstellungsmerkmal Der alten Der Batman Filme Auch von Schumacher zum Beispiel Die seien jetzt so Ich bin Fan davon Ich oute mich jetzt Ja ich mag auch die alten Nicht die ganz alten Aber die 90er Die Batman Filme Weil ich die einfach Die sind halt Kindheit erinnern Das ist bei mir genau das selbe Die sind halt einfach Kompletter Müll Das weiß ich auch Aber ich erfreue mich halt dran Ich ergötze mich im Positiven da dran Und da war halt immer schon Gotham Dieses mega abgefreakt Ja eine ganz eigene Not Aber man hat halt gemerkt Wir sind jetzt in einem Comicfilm Und wir brauchen auch eine Comiclandschaft Und also haben wir die Comicstadt Das ist natürlich Jetzt kann man In dem Marvel Cinematic Universe Wieder schlecht vorwerfen Weil es halt eben im Marvel Universe Das spielt halt einfach in New York Oder in Washington Klar Oder an Ja ja aber ich finde Trotzdem schafft Zack Snyder und DC Das ganze Universum für mich Diese Städte Und diese Settings Erstens gibt es super interessante Settings Es gibt zum Beispiel auch In Batman wie Superman Dieses riesenalte Gebäude oder so Und es ist alles ein bisschen zu dunkel Oder so Aber das schafft es Diese Settings Sage ich mal Genug zu fiktionalisieren Als dass ich mich jetzt In der eigenen Welt finde Bei Thor und so Ist es dann auch wieder so Zum Beispiel Ich weiß nämlich mal Bei welchem Thor es jetzt ist Weil ich die beide Nur einmal gesehen Und immer verwechsel Habe Aber da ist auch irgendwo mal Wo an so einer Uni Oder so ein Kampf ist Oder so an so einem Brunnen Oder ich weiß es nicht mehr ganz genau In London meinst du vielleicht Keine Ahnung Ich weiß es wirklich nicht Aber das ist auch so Unfassbar uninteressant Also ich muss wie gesagt Um das nochmal ganz runter zu brechen Ich finde das Marvel Cinematic Universe Auch visuell Extrem uninteressant Guardians of the Galaxy War wieder eine positive Ausnahme Obwohl da auch am Anfang Diese Stadt wo sie sind Sah für mich jetzt auch Nicht so gut aus Aber wie gesagt Guardians of the Galaxy Auf jeden Fall herauszuheben Narrativ Was die ganzen Filme angeht Hat mir bis heute Kein MCU Film So sehr gefallen Dass ich sagen würde Wow Das ist jetzt echt Einer meiner absoluten Lieblingsfilme Einfach ein wirklich Starker Film Ja das Ding ist Das ist Also das Potenzial wäre da Vor allem weil ich ein großer Fan Der X-Men bin Weil ich X-Men Apocalypse auch cool fand Weil ich Erste Entscheidungen für mein Leben lieb Das ist ein richtig cooler Film Zukunft ist Vergangenheit Ein grandioser Film Ja klar Und ja wie gesagt Das MCU Es packt mich nicht Ich komme nicht drauf klar Dagegen Dass die MCU Wahrscheinlich Nominell Für die Kritiker Für die ganzen Leute Mit den schlechteren Filmen Dafür aber für mich auch Mit mehr Potenzial Mit interessanteren Sachen Mit interessanteren Inhalten Auch Und deswegen Tendiere ich auch So ein bisschen DC Auch wenn ich da jetzt so Ich meine Wenn hier Doctor Strange Jetzt der Übershit wird Dann wird es halt der Übershit So Ich glaube es nicht Weil die Trailer Super generisch aussehen Und das alles für mich Auch wieder super generisch wirkt Und dazu wollte ich Auch noch was sagen Was du eben schon erwähnt hast Mit diesen Es wird immer dieses Ein weiteres Gimmick Quasi an den Film Drangeballert Äh Ant-Man ist der Heist-Movie Ja Hier Doctor Strange Mit der Magic Inception Movie Es wird dem Ganzen Wie gesagt So ein Genre Unterlegt Genau Ich muss auch ehrlich sagen Dass das für mich Eher so ein bisschen Ich will nicht sagen Heuchlerisch ist Aber ich will sagen Heuchlerisch ist Äh Weil Ich weiß nicht Ey Captain America 2 Ich meine Ich mag den Film nicht Ich mochte den Film noch nie Ich mag den Film Aber für mich ist das Kein Polit-Thriller Sorry Für mich ist auch Ant-Man Kein Heist-Movie Nur weil Weil es jetzt mal ein Heist Also Weil er halt Träuber ist Ich bin ein unglaublicher Fan von Ocean's Eleven So Das ist für mich ein Heist-Movie Äh Der hat Elemente Ant-Man Weil mal was überfallen wird Oder weil mal was Geklaut wird So Aber Ich find's dann immer ein bisschen Ja So Dieses Ja Unsere Filme sind jetzt anders Weil In Ant-Man wird was geklaut Ich weiß nicht Das ist auch so ein bisschen Äh Ja Ich will nicht wieder heuchlerisch sagen Aber das Dahin noch zu deinem Punkt mit Äh Es muss immer was zu Star Wars geben Ich glaub auch dahingehend Äh Nicht dran Dass Rogue One Ein Kriegsfilm wird Ehrlich gesagt Also jetzt gar nicht Über die Qualität des Filmes zu sprechen Sondern ich glaub nicht Dass das jetzt Ein Kriegsfilm A la Soldat James Ryan Oder Keine Ahnung Also Danke Das ist aber jetzt nochmal was ganz anderes Äh Nochmal die letzte Frage Hast du was zu sagen? Ähm Grundsätzlich ne Und dann würde ich sagen Ich auch ne Weil Dann könnten wir das Video beenden Das war unser großes Marvel gegen DC Gedöns Äh Der Clash Äh Civil War Der Universe War Die Marvel Keine Ahnung Äh Wir hoffen natürlich Dass es euch gefallen hat Das war natürlich mal wieder ein bisschen länger Sind wir nicht bekannt dafür Deswegen Hoffen wir auch Dass ihr bis zum Schluss Drangeblieben seid Und ihr dürft jetzt natürlich in den Kommentaren Alles aufklären Was wir falsch gesagt haben In den letzten Minuten Obwohl wir natürlich nichts falsch gesagt haben Das nur nochmal zur Richtigstellung Aber ihr könnt die Fehler gerne suchen Ja Und natürlich Seid ihr auch jetzt Äh Drauf und dran zu sagen Was ihr denn cooler findet 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 Punkt Äh Und Was ihr cooler findet Ja Und wie Was ihr euch erhofft in der Zukunft Von diesen Universes Und natürlich auch von Wir sind Movies Das war's von uns Und wir verabschieden uns Und sagen Auf Wiedersehen Mir fällt kein cooles Zitat ein Tschüss Ciao Martha Das war's von uns